Guten Morgen Wir sind heute auf der Agentenjagd im Battery Park in New York und müssen hier einige Aktivitäten abschließen, damit wir die Daily abschließen können, also die Daily Quest. Danach werden wir an die wöchentliche Quest herangehen, aber dazu dann später. Unterwegs bin ich mit einem DD-Bild, einem Scharfschützenbild, das ich mal austesten möchte mit den neuen Rüstungsteilen. Ich wünsche euch dazu viel Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020 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 von feinen bewachter auserkannt system fehlfunktion system wieder online um 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 Das ist noch nicht vorbei, noch lange nicht. Elektronisches Gerät erkannt. Die neue Lieferung ist ein Segen. So haben wir Nahrung und Wasser für fünf Monate. Wie sieht's mit Medikamenten aus? Schlecht. Sarah hat Candles Anfragen seit zwei Wochen nicht beantwortet. Wir müssen an unsere Truppen denken, Roy. Wir haben Verletzte. Jeden Tag. Ich weiß. Die Patrouillen finden draußen auch nicht viel. Die Stadt trocknet aus. Okay. Ich rede mit dem Hauptquartier. Gehen Sie bei den Patrouillen keine Risiken ein. Wir dürfen nicht noch mehr Leute verlieren. Ich werde es versuchen. Verwundeter Kontrollpunkt in der Nähe. Das werden Sie büßen! Davor! Im Fadenkreuz! Das Schwein hol ich mir. Jetzt ist alles vorbei! Das ist alles vorbei! Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. 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 Was ist das für uns? 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 Das für uns? Was ist 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 das für uns? Ich kann... Was ist das für uns? 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 Das war's für heute. Get out! 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 Get out!